Der Kerberos Der Kerberos oder auch Zerberos genannt, ist ein Wesen aus der griechischen Mythologie. In seiner bildlichen Darstellung wird der Kerberos als ein großer, muskulöser und bedrohlich wirkender Höllenhund mit drei Hundeköpfen gezeigt. Laut Mythologie soll der Kerberos ein Kind der Schlangenwesen Typhon und Echidna sein. Hinzu soll er noch unterschiedliche Geschwister haben, die, genau wie der Kerberos selbst, Mischwesen sind, wie zum Beispiel die Chimäre und die Hydra. Hauptsächlich ist das Wesen als dreiköpfiger Höllenhund bekannt, der laut Legenden zufolge die Tore bzw. den Eingang zum Totenreich, dem sogenannten Hades, bewacht, was vom gleichnamigen griechischen Gott der Unterwelt, Hades, beherrscht wird. Seine Aufgabe besteht darin, mithilfe seiner bedrohlich wirkenden Erscheinung, niemanden aus dem Totenreich entkommen oder eindringen zu lassen. In den Geschichten des griechischen Helden Herakles oder auch Herkules genannt, kommt der Kerberos ebenfalls vor. Laut Erzählungen zufolge schafft es Herakles dank seiner Körperkraft und Geschicklichkeit, den Höllenhund in einem Zweikampf zu besiegen. Jedoch wird das Wesen nicht komplett getötet, da der Kerberos als unsterblich gilt. Neben seinem grauenerregenden Äußeren hat das Wesen als Höllenhund eine abstoßende Hässlichkeit. Die drei Hundeköpfe des Kerberos sollen drei unterschiedliche Bellgeräusche erzeugen, die zum einen erschreckend klingen, aber zum anderen auch sowas wie einen harten, metallischen Klang besitzen. Im Grunde ein lautes Geräusch, was gegenüber seiner Opfer Respekt gebieten soll. Ursprünglich beschrieb der griechische Dichter Hesiod den Höllenhund mit 50 Hundeköpfen. Genau wie seine Geschwister, der Chimäre und der Hydra, wird der Höllenhund wie ein dämonisches Ungeheuer dargestellt. Im Gegensatz zu den bekannten Geschichten trägt der Kerberos in Jesuits Werken am ganzen Leib zischende Otterschlangen. Hinzu soll sein Schwanz eine gefräßige Schlange sein, die all diejenigen verschlingt, die dem Kerberos zu nahe kommen. Wie bereits erwähnt, hat laut griechischer Mythologie zufolge der Höllenhund die Aufgabe, den Eingang zum Totenreich zu bewachen, um jeden daran zu hindern, in die Unterwelt einzukehren, aber auch niemanden wieder zurückkehren zu lassen. Diese These mag allerdings auch bedeuten, dass die Grenze zwischen Leben und Tod unüberwindlich sein soll. Allerdings zeigt der Mythos von Kerberos auch, dass die Grenze beider Welten bzw. beider Ebenen nicht unpassierbar ist, sondern immer stets bewacht werden musste. Laut zahlreicher Geschichten aus der griechischen Mythologie zufolge, wurde auch immer wieder bewiesen, dass diese sogenannte Grenze zwischen Leben und Tod immer wieder überquert werden konnte. Zahlreiche Helden soll es dabei immer wieder gelungen sein, den Kerberos zu besiegen oder zu überlisten, um somit das Totenreich betreten zu können. Der Sänger Orpheus zum Beispiel brauchte nicht wie Herakles zu kämpfen, um den Kerberos zu besiegen. Ihm gelang es in die Unterwelt herabzusteigen, um von dort seine Gemahlin Eurydike zurückzuholen, indem er den wütenden Höllenhund mit seinem Lyra-Spiel und seinem Gesang besänftigen konnte. Die Königstochter Psyche wiederum bestach den Höllenhund zweimal mit Honigkuchen. Einmal beim Betreten und einmal beim Verlassen der Unterwelt, um somit ihren Auftrag der Venus zu erfüllen. Honig war auch in dem Schlafmittel, das die Seherin Sibylla dem Höllenhund gab, der mit dreifach klaffenden Schlünden danach schnappte und sich betäubt hinstreckte. So wie es im Epos des lateinischen Dichters Vergil niedergeschrieben wurde. Auch in Dantes göttlicher Komödie, die der Dichter 1307 zu schreiben begann, kommt der Höllenhund Kerberos ebenfalls vor, der sich dort in seiner bekannten Bedrohlichkeit präsentiert und gleichzeitig ebenfalls die Aufgabe hat, die Tore zur Totenwelt zu bewachen. Hierbei wird der Höllenhund von Vergil, dem Begleiter von Dante, bestochen, um somit in die Totenwelt zu gelangen. Jedoch wird das Wesen hierbei nicht mit Honigkuchen, sondern mit einer Handvoll Dreck besänftigt, was Vergil dem Wesen in seinen Schlund wirft. In seiner Gefräßigkeit merkt das Wesen jedoch den Unterschied nicht und lässt somit Dante und Vergil ins Totenreich passieren. Auch in Filmen wird der Höllenhund hin und wieder gezeigt. Zum Beispiel taucht bei Harry Potter ebenfalls der Kerberos auf. Hierbei bewacht er allerdings nicht die Tore zu einer Unterwelt, sondern den sogenannten Stein der Weisen. Er wurde allerdings vom monsterliebenden Wildhüter Hagrid Fluffy genannt und passend zur Anlehnung an die Orpheus-Mythologie wird das Wesen im Film mit Musik zum Einschlafen gebracht. Aber auch in der Heraldik bzw. Wappenkunde wird das dreiköpfige Fabelwesen als Wappentier verwendet. Im Namen und auf dem Wappen der südfranzösischen Grenzgemeinde Cerber ist der Kerberos im dritten Feld des Wappens zu finden. Aber nicht nur in der griechischen Mythologie ist der Kerberos vertreten. Auch in anderen Kulturen kommt das dreiköpfige Fabelwesen vor, was gleichzeitig andere Namen trägt. Neben Kerberos aus der griechischen Mythologie gibt es noch Garm, der Höllenhund aus der nordischen Mythologie, sowie auch den Kletterfels Höllenhund, den man in der sächsischen Schweiz vorfinden kann. Man sieht, dass der Kerberos, der sogenannte Höllenhund des Hades, in vielen Varianten vertreten ist, was hauptsächlich mit unterschiedlich geschichtlichen Erzählungen bzw. Mythologien verbunden ist. Mythologien verbunden ist. Mythologien verbunden ist.